Nein, ich will das nicht! Sie geben mir zu viel! Und das wissen Sie! Ist da die Patientenrechtshilfe? Ich will einen Anwalt. Ich bin Colette Hughes. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Wie lange sind Sie schon Anwältin? Zwei Jahre. Sind Sie nicht zu alt? Ich habe einfach andere Dinge gemacht, bevor ich Anwältin wurde. Bauchtanzen? Wieso wissen Sie das? Na gut. Ja, ich nehme Sie. Falls wir gewinnen, erstreiten wir Rechte für Menschen, die weniger Selbstbestimmung haben als Straftäter im Gefängnis. An erster Stelle stand für mich immer das Wohl der Patienten und nicht, sie aus Bequemlichkeit ruhigzustellen. Sie haben mir also Medikamente verabreicht, von denen Sie wussten, dass Sie sie schädigen würden. Colette, mach, dass das aufhört! Ich bin nicht bereit, die Entscheidung zu ändern. Der Fall ist doch klar! Wieso haben Sie dem Richter nicht gesagt, dass er dumm ist? Weil man einem Richter nicht sagen darf, dass er dumm ist. Es hat auch was Gutes, dass mein Fall so lange dauert. Ich kann Geburtstag mit meinen Anwälten feiern. Ich habe Angst davor, dass egal wie hart ich arbeite, es niemals genug ist. Du hast sehr viel Liebe in dir, Colette. Du auch, Elena. Ich bin nicht bereit, dass ich nicht mehr arbeite, es niemals genug ist. Was hast du davon, wenn du meinen Fall gewinnst und das Leben von anderen verbesserst, aber nicht dein eigenes Leben lebst? Du sollst das Kloster verklagen. Ich werde auf keinen Fall die katholische Kirche verklagen. Nein, ich bin nicht bereit, also ein Verhandeln. Ich werde auf keinen Fall die katholische Judy-Klassen.